du es gibt schaurer die bewährten das video nicht. H four forty? Das ist nicht dein ernst?! ha was soll dat? Da kann doch nicht so schwer sein. Daumen hoch oder Daumen runter? Also ihr Pfleum, hoch den taumen oder runter? und wenn ich dann dann klatscht da 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 dieser zu viel die aus dem bahn los oder was die sind ach so sagt doch was ich komme jetzt so dass die mutter startet ich komme jetzt nicht zu nah ran wir müssen warte 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 ich sag einfach nicht rein wer der boot wollen wir uns nicht alle drei ins boot setzen nein ich meine radkau energetik binzen hier ist der binzen ja scheiße 32 logik das ist natürlich ich gehe auf mich selbst nicht auf wir müssen darauf achten wenn wir aus der zone raus sind und ihr wollt ihr nicht auch noch drauf damit wir sie alle töten kann kommt dann geht es noch am besten damit raus ich hätte den staff von euch nehmen können den guten die mp5 und so hört sich an wie der dick tut mir leid keine ahnung wirklich so egal ich habe überhaupt des teams ja aber dann nicht drinnen bleiben bei ihm stream also nicht snipen und scheiß brauchen wir nicht steht office server mein ding steht nicht hat mir gerade für topsy ein zack geschenkt jetzt machen müssen die ganze wagen ehrlich ich glaube aber er kann ich ja nicht aber liegt auf dem schiff wenn du weg seid ja dann werde ich weggepackt nein du stehst einfach da wo du bist das gut hallo maxi hallo maxi hallo so ich habe halt logik ich weiß nicht welche von inser unterkommen soll ihre form im dunkeln ist schwierig und ich habe auch nichts zum fahren mit ich habe nicht mal ein stein ich habe jetzt ein messer und ein jackhammer und eine kaputte tommy und eine handgranate naja hm was machen wir jetzt so ich habe keine ahnung aber wo die wohnen dann könnte maxi sich zum beispiel da schon mal auf position setzen ich glaube gerade habe ich sind die immer noch da und die nicht ab ich glaube ich bin da solange ich starte die machen so lange nix wenn wir hier sind garantiert also die organisieren bestimmten heli und holen den dann ab mit dem blut weil hier drin kann ja keiner schießen ich habe hier im dunkeln ein schwein irgendwo bei mir in der nähe und ich kann es nicht looten alter ist das nervig willst du es locker haben ja dann schon drin ich schwimme jetzt hier mal weg was soll ich denn machen ich habe keine ahnung was machen ja ich würde auch die ganze zeit was aber es machen könnten 3 3 steht hier noch das sind ja dann mehr 4 oder sprich hier noch eine rum bei denen hat einer eine idee ne keine idee ne 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 wo sind wir denn jetzt auf der map hier da die sind nicht weit von ihrer butze die müssten irgendwo unten beim verlassen supermarkt äh military tunnel müssten die hocken wenn es der ist die uns jetzt gekillt hat ja wie viel lokal habt ihr noch 30 30 30 sind wir da ja ich muss noch mehr tiere finden bin ich schon tot trakt der energetics bin ich schon tot ne nenn ne Ja, guck mal, Richtung, ähm, die Dropboxen Richtung, ähm, Fischerdorf. Ja, aber ich mein, ich kann mich umgucken, nur ich kann meine Waffe und so nicht bewegen. Ich seh meine Hände. Hast du kein Licht an? Äh. Doch, aber... Oh, shit. Oh, shit. Rechts gucken, rückwäh. Alter, mich hat ein Rudelwölfel, vor allem drei Stück. Fuck. Rot? Nee. Das bringt mir natürlich als Lowgrade, ne? Überfallend. Das ist komisch, ne? Drei Wölfe gehen auf Armrennt, ne? Ja, Schweinerei. Hä? Wieso ist das verbaggt bei mir? Ich versteh's nicht. Was denn's? Aua! Ich kann sozusagen zur Seite gucken und wenn ich wehdrücke, laufe ich einfach nach links. Hast du einen gehabt? Was bedeutet? Ähm, wenn du alt zum Beispiel drückst zweimal, dann hakt sie da bei Windows ein. Ah, jetzt geht wieder. Danke. Hm, bitte. Ich hab fast gedacht, dass das so was ist. So, wo soll ich jetzt gucken, was? Äh, in Richtung des, ähm, Hafens. Äh, Quatsch, des Fischertortes. Da ist ein Dropboxen. Da, guck mal, ob da Lowgrade drin ist. Wenn du die Dachluke, da wo die Leiter ist, runtergehst, nicht wo die Dachluke ist. Da, bei den Dropboxen außen, da ist, müsste er gut sein. Guck mal den Ton aus, der macht so komische Geräusche, die ist da. Warte, die Sau. Ja, die sind am Arsch. Die sind bestimmt total oberloh. An Spritzen, an Munni. Also, was hätten die für Möglichkeiten? Die könnten jetzt hier mit dem Boot wegfahren. Die sind schneller als unser Boot. Das heißt, da könnten sie eventuell eine Chance haben. Aber die haben Angst vor euch. Die wissen halt nicht, wo der Heli ist, ne? Die wissen nicht, wie wenig Lowgrade du hast, genau. Brauchst du lange zu reindern? Wenn nur wir da wären, mit dem langsameren Boot, dann hätten die schon längst die Flucht, äh, den Fluchtversuch. Hm, glaube ich. So, wenn Maxi mir jetzt so Go gibt, dass da Treibstoff ist, komme ich zurückgeflogen. Ich habe jetzt 76, ja, knapp 100. Das reicht, um aufzufüllen. Dann kann ich wieder zurückkommen. So, ich laute jetzt ran. Hm. Maxi, findest du was? Bea, oh, perfekt, Alter. Ist das wirklich, weil ich mich überall autorisieren muss? Und die stehst du immer noch bei dem im Boot? Okay, ich brauche mich zurück. Ich habe jetzt noch ein Bär. Dreier Wölfe und Schwein. Ist ja... Mega mehr als Lack hier. Oh, das reicht. Das reicht. Also sollten Sie versuchen zu starten, kann ich sofort hinterher und kann einen Einsatz von euch. um den dann in den Garaus zu machen. 112 bis jetzt so. Passt. Hm, Wagner tanzt da oben. Hm. Weißt du, sowas... So, so finde ich Rast geil, Alter. Mit solchen Geschichten. Ja, aber die stellen das aber so da, als ob das irgendwie so eine lahme Aktion ist. Das ist aber auch gar nichts Besseres. Ja, die sagen sie nur, weil sie angepisst sind, weil sie nicht ihr Play machen konnten. Mal eben da hin und dann rufen wir wieder runter. Nee, nee, nee. Ist nicht wegen da rum. Ich kann aber auch nicht bei euch landen, weil es ist wahrscheinlich ein von denen... Händige Rede mit dir. Ich habe Ton ausgemacht. Ich will diese Geräusche nicht warten. Darauf setzen werden, dass keiner von euch mehr draufsetzen kann. Ja, wollen die jetzt ewig da warten, oder was? Mhm. Du müsstest ja auch mal verhungern, bestimmt. Nächste Option. Wagt, du müsstest mal hungern. Ich verhungere so schnell nicht. Man bringt ja auch nichts. Oh, ich habe hier noch so viel Lowgrade am Machen. Nice. Die Dropbox in Richtung Fischerdorf ist kein Lowgrade drin. Fuck. Also muss das, was ich jetzt habe, hier reichen. Circa 200. Wie haben wir eigentlich so schnell alles hinbekommen, dass unser ganzes Logo entwickelt ist? Ja, der frisst halt, ne? Ja, 15 Minuten. Oh, Udi, das schreibt hier. Hehehe, im Chat. Was schreibt mir? Udi, mein Lieber, gut geflogen. Hehehe, mit Barilla. Ich bin gar nicht mehr gelegt. Kannst ja sagen, ich habe alles aus. Der nächste schreibt, naja. Naja. The Doctor Dry. Ne, Dry Eye. Ja, der Scheiße sagt gar nichts. Passt schon. Aber wie kommt er darauf, dass du das bist? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Bestimmt, weil er Ethik gelesen hat und Energetiksen Ragnar sind ja alles bekannte Namen. Ich bin der Einzige, der nicht bekannt ist. Noch nicht mehr. Ja, wenn ich dann biete dir noch einen Deal an. Wir lassen euch in Ruhe, wenn er uns was abgebt. Das steht einfach, also, zum Beispiel das C4, DAK, Rocket Launcher, hier im Scheiß. Das machen sie bestimmt nicht so was Heftiges, keine Ahnung. Wieso ist eine Holzleit auf, also bis zu unserem Dach hochgebaut worden? Oh, dann war da ein Spieler. Ja, wahrscheinlich, um zu gucken wegen den Öfen. Soll ich die also kaputt machen? Ne, mit einem Hammer abbauen. Du kannst die mit einem Hammer abbauen. Ja, okay, dann mache ich das. Bewegen sich immer noch nicht? Nein. Hallo, die Folge geht schon eine Stunde. Die warten, bis wir weg sind. Aber noch einen zweiten Teil. Ja, daraus mache ich drei Teile, glaube ich. So, ah, 25 Minuten. Verhandeln doch mal mit denen. Sagt er hier, Pazination, gebt uns was und dann, ne? Ich kann nichts, ich höre nichts mehr von denen, keine Ahnung. Ich höre auch nicht von denen, weil ich es aus habe. Und zweitens, mein V-Chat ist so leise, dann höre ich zehnmal, dass sie mich nicht verstehen und so ein Kram. Nöchte rein schreien. Mir ist das zu doof, diese ganze Zeit sein Re-Re-Zum-Hören. Ja, eben, deswegen habe ich das ausgemacht, das ist ja schrecklich. Ach, die sind das, euer Re-Re-Re-Re, das wird doch ab und zu auch im Chat geschrieben. Ja, ja, und das geht auch voll aus. Ist das neumodig, das ist, oder ist das... Nee, habe ich auch nie in meinem Leben gehört, das erste Mal. Was, Re, Re? Ja. Warte, Wuhlschit. Wahrscheinlich gucken die zu viel Benjamin Blümchen und können es nicht richtig schreiben, Töre. Ja, genau. Bist du, warte, dann kann ich ja eine Zeit für uns mal ein bisschen Essen sammeln hier am Fluss. Genau. Ja, aber irgendwie machen wir jetzt die ganze Zeit nichts Produktives, außer hier stehen und umschauen. Hallo, ich sammle Essen. Wir investieren. Aber wir nicht. Wir investieren wichtige Zeiten, um am Ende den Wickloot zu bekommen. Was wir noch machen könnten wäre, einer bleibt da naked, ein bisschen fernab zu gucken, weil das Boot abhaut. Und dann machen wir nochmal Attacke mit einem Piloten und einem Schützen. Gut, dann nimmt Drack dann meine Sachen. Ja gut, aber dann müsste... Ich kann ja hierbleiben ohne was, aber dann nehme ich meine Sachen an, die mit. Ich habe einen Jackhammer jetzt von denen, sondern der ist noch halb voll. Da könnte ich locker noch irgendwas farmen hier. Ja, das machen wir, glaube ich, wenn wir uns neu orientiert haben. Wir haben kein Logo-Welt, um dich wegzuholen und ansonsten alles. Ich bin jetzt mal Logo-Welt dran. Das machen wir in schöne, schöne Vollfarmen wieder. Wir haben ja ein paar Orte gefunden, wo wir dich absetzen können, wo Toki-Zuki voll ist. Hm? Ja, wir haben kein Logo-Welt. Ja, dann holen wir uns eine Öl-Raffinerie. Max, die könnte eventuell die Raffinerie kaufen und die einbauen. Da ist ja das Fundament offen, da kann man die direkt in die Base neben dem Lootraum reinsetzen. Dann könnte das schon mal durchbrennen. Wäre auch eine Idee. Max? Ja. Hast du gehört? Ja, habe ich. Cool. Ich weiß nicht, wie viel die kostet. 125, glaube ich. Oder 375, ich weiß nicht. Musst du nachschauen. Und in einem Lootraum fehlt das, also Dropbox-Raum, wenn man reinkommt, direkt. Da fehlt das Fundament und da kommt sie rein. Nur nicht zu nah an die Tür setzen, dass wir noch eine Tür davor setzen können. 125, kannst du dir. Halter gesagt, wer hat mir gesagt zu ihr oder was? Glaub nicht. Vielleicht ja in einem Außenposten holen. Nee, in Bandcamp. Ich dir schläft immer noch. Ja, immer noch ein Lickerchen. Was? Wie lange baust du denn zum Hochkaufen? Ähm, also, okay, also. Verkauf mir eine SSD. Am besten tauscht dir mal die Computer, dann geht das schon. Ja, haben Angst. Der ist doch dein alter Computer, der ist doch gut. Ja, der war gut, ja. Der war super. Ich habe ihn sogar zurückgesetzt, dann wäre er richtig gut. Das bringt nichts, so wie du mit dir umgehst. Wenn die Teile beschädigt werden, können die gar nicht schweigen. Irgendwie ist es nervig gerade. Ja, ich weiß, aber jetzt dürfen wir uns nicht anmerken lassen, das ist auch schlecht. Die teilen gerade Sachen aus. Okay, da haben sie irgendwas vor. Die haben Spritzen getauscht. Das Boot startet das Boot. Ah, es ist da. Der Motor ist an. Ja, es ist da. Womit ist der gekommen? Jetzt ist der Motor wieder aus. Oh, die... Ich komme. Der Barilla will mit dir sprechen, weil der hat dir einen Sub gegeben oder so. Was hat der? Die hat dir einen Sub gegeben oder sowas. Ja, dann... Ja... Wer will mit dir reden? Dann schreib doch einfach mal in den Chat rein, dass du nicht kannst gerade oder bist. Ähm, sag ihm mal, ich... Ich habe Chat aus und bin nicht in der Nähe. Dann soll er dir sagen, du bist mein Mikrofon. Ich will mich nicht im Chat zeigen, da habe ich echt keinen Bock drauf. Oh, die ist nicht da. Hat gerade keine Zeit. Nee, ich habe einen Chat aus und, äh... Er soll einfach mit dir reden. Ja, der ist jetzt gerade nicht da. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was denn? Ob du eh den Saft abgestellt hast, weil er da schläft. Da weiß doch alles über dich. Hm, ich merke schon. Ist doch scheiße. Sind sie alle auf dem Boot, vier Mann? Ja, die starten gleich. Ja. Ja, ich bin bereit. Ich kann auch starten. Ich kann... Schade, dass Ethel nicht, äh, wach ist. Sleeping. Ja, wie lange denn noch? Ich bin grad... Ich bin jetzt beim letzten Cleaning ab. Jetzt kaufe mir mal eine SSD. Kaufe mir eine SSD und dann kurz schnell spielen. Oder gib eine ab. Der Motor startet, der Motor startet bei denen. Jetzt wieder weg. Oh. Wagner? Und ich gebe doch einen ab. Setz dich. Ja, wir sind zu zweit. Und die sind zu viel. Die werden mich aus dem Boot zu schnell. Fahren die los, oder was? Die sind schon weg. Achso, sag doch was. Ich komme jetzt zum... Der hat so eine Sack-Motor startet. Ich komme jetzt da rüber. Da schießt er mich aus dem Boot, ne? Ist klar. Wir fahren nicht zu nah ran. Wir müssen... Warte, warte, warte. Ich sag einfach nicht rein. Mitgenommen. Dann musst du Ragnar mitnehmen, ja. Eines haben die mich mitgenommen auf dem Boot. Und du liegst im Wasser. Dann soll Ragnar dir die Sachen geben. Dann kann er hier unten ins Boot. Die wichtigsten unten ins Boot reinpacken. Passt da. Wir sind schon gleich außer Range. Ich sehe sie gleich nicht mehr. Ja, komm, komm, komm. Ich bin schon da. Passt das. Ich bin drinne. Wenn du drinne bist, dann komm du jetzt, Eta. Irgendeiner jetzt. Fast. Ich bin da. Ja, los. Wir haben eingeschlagen. Fahren Richtung Land. Mann. Wir sind jetzt gleich an Land. Ja, wer kommt denn jetzt? Keine Ahnung. Wir sind hinter dem Boot her. Entweder holst du den Ragnar. Jetzt kommt nach vorne hier, Mann. Ja, ich bin gerade bis online gewesen. Die sind schon am Wasser. Die sind schon an Land. Los, 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 los. Die sind reingefahren in die Bucht. Welche Bucht? Die haben eine Schwebesteilung. Set 20, Set 20. Ja, ja, okay, komm. Los, go. Fahr nicht zu dicht an Land. Wenn die jetzt an Land sind, dann sind wir uns aus dem Boot. Die sind weg. Boot? Auf mich? Er ist alleine. Egal, scheiß auf den. Sollen wir hier hinterher fahren, Ragnar? Keine Ahnung, können wir machen, aber ich weiß ja nicht, wo die sind. Sind eh schon weg. Wir spekulieren mal auf einen anderen Ausgang. Was haben wir jetzt hier hinterher fahren? Nein, die sind hundertprozentig an Land gegangen. Die wohnen ja da beim Militärtunnel. Na ja, sag ich doch. Die sind ja schon zu Hause. Guck mal, die sind da rein und sind nach Hause gefahren. Beim Supermarkt. Zack, bumm. Die sind schon weg. Wo seid ihr denn? Dann fahren wir nach Hause. Da. Wollen wir uns den Boottypen vorknüpfen? Nein, da sind Sprit. Fahrt, log wird dann, dass wir dann gleich noch ein bisschen fahren können. Die Aktion war zu langsam. Der PC war zu langsam. Oh, scheiße. Wir haben gewartet, bis die Dät kommt, der vierte Mann, und dann sind sie ab. Wo sind denn die bei ihr in der Base? Ah, da. Ja, das sind die dann da. Da steht ein Boot drin. 0,0. Ich muss ja gucken, dann muss ich irgendwo ein Schnellboot stehen. Wie viel Logite habe ich? In der zweiten Platz. Die gehen ja gerade rein, die laufen ja gerade rein. Ja? Gerade reingelaufen. Das Schnellboot steht da, ja. Wie viel Logite hast du denn noch? Da, da ist das Ding. Ja. Ja, wenn es hier ist, warum sind sie denn da hinten? Ja, deswegen, weil es sind da hinten lang gelatscht. Wenn wir gleich im Chat sehen. Da, da ist die Base, mit dem bestimmt. Die hier. Gut. Boot, links, Ragnar. Links, vorne, auf 210. Warte, ich sehe es. Zwei Spieler. Zwei Spieler drin. Was hat das Logite? Wo sind sie? Ja, das sind sie, das sind sie. Nee, nee, nee. Nicht nachher. Okay, dann wissen wir jetzt, wo sie wohnen. Ich würde jetzt mal sagen, sammeln und dann... Naja, war trotzdem eine geile Aktion irgendwie alles. Und wir haben ja immerhin MP5 bekommen. Ja, auch jetzt wie jetzt das Metall. Ist mein Spiel schon wieder abgeschmiert? Boah, Ete, nee, Alter. Mach mal alles aus, was du daneben bei laufen hast. Beweg dich mal. Ja, er ist rausgetrocknet scheint. Bin ich noch drinnen? Noch sitzt du bei mir im Hede, ja. Ja, ich kann so, ich habe auf den größten Leck Zeit. Ja, ich kann die Waffronie, Waffe, Nahrie, nicht da unbedingt, also in so einem Viereckplatz sehen. Ja, ja, ja. Wasser ist zu tief. Ich würde hier. Ich würde mal nach Hause setzen. Ah, die Waffronie kannst du mir nicht höher stellen. Oder zu tief im Wasser. Oder kannst du nach Hause fliegen, wenn ich... Bin dabei. Ah, jetzt bist du rausgeflogen. Ah! Und vielleicht liegt der mal aus dem Posten. Ich hoffe. Wir haben ja nicht viel, wir können ja direkt noch... Er benutzt immer die 50 Euro, die ich jetzt habe, um mir eine SSD zu holen. Aber ist hier die Tür offen rum? Äh, weiß ich glaube nicht. Das geht aber gar nicht. Aber hier ist die Sachfilmetall und so. Guck mal. Oh, schön. Wo lichten jetzt irgendwo? Ich hoffe, der... Was, logat? Ja, ja. Und dann Anland. Natürlich gibt's... Sehr schlechter Fahrer. Sehr schlecht. Am Arsch, Alter. Volli, am Arsch. Meine... Hey, bist du da? Ich bin hier. Wer da? Wer da? Ne, ich schläge das Zeug damit, wenn ich schon die Kämmer dabei habe. Ich würde ja nicht passen müssen. So, jetzt müssen wir gucken, wo Ete ist. Aber jetzt mache ich erstmal Schluss hier. Keine Ahnung, das wäre bestimmt drei Folgen oder so. Daher, ne, sag ich mal. Hätte klappen können, reingehaut. Tschüss. 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 Outtake. Oder eben hier nebenan direkt eine 1x1. Ich habe mir gefunden, die Leiche. Oh, was ein Zufall, Alter. Also, ich gehe ganz gut.